ich wollte eigentlich in der stadt starten da ist egal ich habe jetzt auf aufnehmen drückt hallo und herzlich willkommen und so und ich habe ein e-mail sich gerade das war der erste erste start darum ist gerade zum klären ich bin die sind gar nicht die machen ja richtig hobby draußen sein eine papa eine pappvilla bei der ersten die station bauen das ist ein privatkunststück und drin ist so lad mich mal ein ja komm das ist ja ein geiler anfang gerade wie ganz komisch so und dann werden wir auch gleich mal hier rein in the world und werden in das ehene gebieter gehen nicht an bord oder warte ich guck nochmal zurück e-mail hier ist auch gerade wieder eine schöne zeit zum aufnehmen bin endlich recht müde aber ist ja endlich richtig egal ob so ich nehme heute auf wieder habe ich gerade lust und weg nämlich jetzt die schlafen jungen und die möglichkeit habe ich dazu gut das einzige gebiet was jetzt so frei steht müsste das mit balmung sein da gehen wir jetzt auch hin mit wo alle 43 oder 20 oder 20 oder 20 okay mir okay okay Elk und oder ja Elk Elk ist wahrscheinlich auch nicht da doch tatsächlich aus mir okay hm 152 152 da mache ich mal eine ausnahme und sag mal ich nehme dich mit weil und so weil ich keinen zweiten Dreamlight brauche ich mag die halt mehr als Natsume ähm mal kurz gucken was ich habe mache ich nehme einmal einen wochentakt auf dann fähre ich so was immer oh ich habe 19 Temposprüche und ich habe kein Geld schlimmst ich glaube das hat nicht mehr erreicht aha ja habe ich nämlich vergessen ist ja egal da gehen wir es zu einem Holz äh das ist ja gleich trinke ich was deshalb will ich den Motivirus keiner einfügen und das wird immer länger jetzt her also wenn sowas halt ist weil ich halt die Einstellung an habe und dann wird es halt untertaktet dieser Dingens ähm und dadurch kann das auch so lex führen was eigentlich sehr egal ist für mich ob ich deuche ja weiß ich nicht aber sowas lasse ich immer laufen ja in jedem Fall leck der Ton an sich läuft es ja flüssig nur der Ton ist ein bisschen im Eimer soo oh ja 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 da war es zwar nur eine Kiste aber ja oh das muss jetzt sitzen hier muss es eine Ananas geben jetzt habe ich Lust zum Aufnehmen weil ich nicht so kreativ bin also richtig richtig Bock habe ich ah verstärken bitte richtig Bock okay okay umgehe ich den endlich eck diesen Zauber ja die Brauerei aber ich mache es einfach einfach so dass es einfach so aussieht dass wir alle intim sind sagen ab da 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 sie kennt lieber wieder ein Wavemaster dabei habt das freut mich auch richtig der da den jetzt super klasse mit ihren Millionen schwer glaube ich ist das Ich gucke echt mal nach, müsste noch der Millionenspieler sein. Ich habe da, glaube ich, keinen anderen Leben. Ja. Noch habe ich alles im Konten. Das ist egal. Oh nein, eine Kiste. Oh, du weißt gar nicht, egal wie das ist. Das kann mir jetzt auch nicht versorgen. Blablabla. Noch eine, aber eine richtige. Donner anklickt. Ich habe auch Mikro an. Donner anklickt. Magus, 312. 312, 312. Okay. Ja, du kriegst erst mal einen Donner anklickt. Das ist einfach mal besser als deins. Ich dachte, du hast ja noch solche Noob-Sachen. So schlecht bist du denn noch gar nicht ausgerüstet. Blablabla. Oh, der starb ist am Eiwein. Oh, geil. Oh, geil. Der, 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 der ist eigentlich ganz ernein. Ich stehe mir öfters mal einsetzen. Warte. Hier in Kugeln. Oh, da ist noch eine Quelle. Erfache mal so. Oh, jetzt schon ist er offen. Ich glaube, die wird mich angreifen. Ach, was geht. So, gehe ich unten. Da könnte ein anderer sein. Ich weiß, ich gehe mal. Ich brauche nicht zum Tropfen gehen, ne? Scheiße. Also, ich guck mal trotzdem, vielleicht kann er noch ein anderer sein, irgendwo. Ja, halt, ob ich den Miro später da inschmeißen würde. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mehr wollte ich doch nicht. Nur eine andere. Und das heißt, ich gehe heute noch zum Grund. Ja. Aber welchen in der zweiten Stadt gehe ich denn hin? Einfach so. Geil. Grunty. Äh, eine Ananas. Habe ich ja lange drauf gewartet. Aber es hat sich wohl gelohnt, dass ich jetzt gewartet habe. Was ist denn das da? Okay. Ja, ich brauche jetzt gehen die Ermittlungen. Das ist so stark. Ja, ich brauche jetzt mal schneller hinsetzen. Ja, ich guck nur mal nach. Magisch 312. Das ist jetzt sehr gut für Elk. Ich kriege da einfach mal bessere Rüstung jetzt. Gut, dass ich dich bei habe, denn ich glaube, mein Inventar noch nicht voll. Ich habe sehr wenig Platz. Was muss ich noch ändern? Oh, ich gehe auf den Gegner. Oh, ich gehe auf den Gegner. Ah, gut. Der, 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 der Gegner. Und schon. So, jetzt, auf da. Jetzt kann so richtig verwirrt werden, eigentlich. Wie lange die auf den Gegner geht, geht es auch auf den Gegner. Ich bin sehen, wer verwirrt ist. Hallo, Angriff. Und heil. Okay, zwei blaue Füße. Zwei Glücksgräte. Glööse. Und die da hinten. Warte, meine Bücher stehen nicht richtig. Ich habe ja auch mein Mikro, meine, meine Haltszeit auf den Büchern liegen, weil ich da nicht umhängen kann. Weil es halt im Tod ist, sozusagen, auf den Hörern. Und umhängen tut weh. Ähm. Was habe ich gerade bekommen? Donnerhandschuhe. Zwei Sieben. Zwei Sieben, zwei Sieben. So. Habe ich schon. Und einen Sturm am Ralf heute bekommen. Ja, gut. Warte. Ja, was ist es? Ähm, Geschenk. So. Die Gegendgüft ist wichtig jetzt sehr, wegen dem Trüben. Ja. Naja, wenn wir noch ein Gegendgüft finden, dann ist alles Knorke. Richtig. So. Gegendgüft. Fünf. Und äh, die Augen. Dann sind wir doch endlich recht gut versorgt. Und dann gehen wir auf, weiter. Das war da gerade aus. Und so wie es scheint, ist der auch nicht groß. Aber das geht noch, von der Größe her. Hallo, aufmachen. Grüner, komm. Okay, jetzt lebe ich dich mal wieder. Dann mach ich auch dick. Ich bin tot. Scheiße. Gut, ich lebe wieder. Nur weil die Mechanikation hat. Cool. Low Rep. Low Rep. Okay, dann gebe ich mal eine Magierseele. Ähm, Magierseele. Ey. Kannst du mir noch eine verdrangen. Und ich hoch. So sieht doch alles toll aus. Stärken. Yeah. Nein. Ähm, äh. Absorb! Absorb! Ha! 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 Na, bei mir und schalte, äh, meine Schulter hoch. Ähm. Und hier. Na, Spinnen mag ich nicht. Spinnen klatschig gerne tut. Nicht ein Hobby. Ähm. Ich, na, ob das von Gardenia gleich abläuft, das weiß ich nicht. Mal nicht hoffen, weil... Das ist richtig dumm. Das ist richtig dumm. Da muss es sein, dass in jedem zweiten Raum nicht immer Waffen müssen. Das ist ja auch nicht gerade klasse denn. Und... Ja. Ich muss das mal haben. Ich muss das mal... noch mehr Geisteswasser und dann so weiter geht es am lieblich bald hoch im 99 Geisteswasser und so weit die könnten mir das alles zeigen Heike oder nie geschafft heiliges Marker wird jetzt schon ein bisschen genug oh sag ich doch das läuft jetzt alles weiter ab starten ich glaube die ist viel zu stark sie kann mich one hitten ist nicht toll aber sie ist egal deswegen habe ich sie mitgenommen weil sie sehr stark ist das ist der Gegner ja an diesem Spiel mal direkt den postet ja ich will mich hier an dauernden selber selbst heilen muss das ist mir im Bruchregal und lass uns wieder gehen oh Tron Regalente und dunkler Verrat das hört sich auch an noch mehr Tron cool da war noch 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 mehr dunkler Verrat Schwan das war auch schon ewig nicht mehr naja wow was hat denn ewig oh ein junges Ei da und ne blaue Ruhe genau lauf vorbei Sturmmen komm Sturmmen ne ne Sturmmen ne Sturmmen das ist ja so unsichtbar das ist ja so unsichtbar die müssen schnell sterben da wurde die 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 in es soll mir jetzt recht sein auf jeden Fall, das sind drei Drohnen Nein, 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 hast du Hilfe? Alter Wir treffen so weiterhin nicht Aber wie geht der mir um sein? Der zaubern kann Ich bin da kein Zaubern Ich glaub das ist der da Ich wusste es Aber der ist irgendwie nicht Lowrip So, alle was kriegen Teilen sich selber Oh, Hater Ich hab noch Bock auf'n Boss Ich hab noch Bock auf'n Boss Ich hab noch Bock auf'n Boss Ich hab noch richtig Bock auf'n Boss Oh, keine Ahnung Was Bam Wenn die sogar einer ist Dann... Freue ich mich eigentlich Ein Wavemaster und gar die ... ... ... ... ... ... ... ... Abflugger, bitte. Ich hätte in die Ocean abgelufen sein, nur ein Held in den Ernst, aber 10 Minuten oder so. Der muss immer so gestalten. Immer Erste Hilfe. Ich das hier? Gegenlüfte. Nein, doch Geisteswasser. Verwirrung. Okay. Sonst so? Okay. Also ich hab jetzt die LP meint. Erlebenspunkte. Warum sind die zirkenne Küsten? Aber hier. Dunkler Verrat. Es ist wahrscheinlich 2er Dunkelheit-Zauber. Dunkler Verrat. Ah. Das kann man sich auch denken. Oh, das sieht so aus, als ob jemand kommt. Oh, ja. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Der Stratt hat alle einmal in den Vorern. Ähm. Ah, ist ein bisschen scheiße Stütze. Aber dann muss ich überleben. Hallo? Hallo? Äh. So. Erste Hilfe. Weil jetzt halt durchgehen, ne? Und dann kommt er wieder rauf. Weil nämlich die Karte wie er so aussieht. Dann ist das nicht schön. Doch finde ich das geil. Ah, jungen. Aber der ist so verzweigt. Hör. пл tulp. Oh, nein. Aja. Mann, du. Hör die Karte. Hat dich nicht? Hallo. Hier kommt was. Definitiv kommt nach diesen Raum jemand. Wollen wir nach den nächsten zwei. Weil das ist Karte. Etage 3. Das war jetzt so kurz. Hä? Oder? Warte. Das war jetzt so kurz. Also. Warte. Erste Hilfe. Okay. Stärken trotzdem ist egal. Nur das von Gardinia läuft langsam dann ab. Also wenn man dann im Fight sind. Falls überhaupt ein Fight kommt. Tempo Sprüche. Gut die Tempo Sprüche haben also auch erreicht. Positiv überrascht bin ich da wirklich. Okay dann lass mal rein na. Oder in den nächsten Raum. Na. Ah ne jetzt müsste der Ballmann kommen oder? Schon wieder so was. Einkaufsfrau. Ah ne. Vogelkäfige. Der sammelt aber ja ein Schirm wieder weiter. Ja wie lange wäre sie genommen? When the finger points to the under moon. The fool will not look at the fingertip. Okay jetzt hab ich da drüber halten. Da ist er. Boah. It's you again. Aber es ist schön den mal wieder zu sehen. Den sieht man um zu sehen. Ich glaube nicht. Ich werde nicht mit dir argumentieren. Aber ich muss wissen. Oh, tell me what this thing that lurks within the world is. It doesn't concern you. Yes, it does. Balmunk of the Azure Sky, Orca of the Azure Sea, aren't your goals the same? Isn't there a connection between the girl aura and this disaster? I don't want you to medal any further. I'm telling you. Do not get involved. Und weg ist er. Der hat irgendwie ohne nichts zu sagen, ne? Oh, in bloß Kette. Ah, doch nicht. Cultural City. Der hat aber echt nichts zu sagen. Der kommt und geht. Der kommt und geht. Vielen Dank.